ja hallo leute heute geht es um das victorinox spartan das ist ein messer aus der 91 mm ausführung von victorinox es ist ein sehr ich würde mal sagen puristisches taschenmesser da ist relativ wenig funktion hat beziehungsweise nur die standard funktion es hat einmal diese große klinge hier dann hat es eine kleine klinge dann hat es einmal diesen kapselheber schrägstrich flaschenöffner mit schlitz schraubenzieher und kabel ab isolieren dann hat es dosenöffner mit wieder schraubenzieher geschichte das war es auf der seite hier schon dann haben wir hier noch mal den den kurkenzieher und eine stechahle ja das messer habe ich seit 12 13 jahren das ist also auf den punkt gebracht der kundenservice von victorinox ist wirklich klasse ich habe es total abgerockt abgegeben und jetzt nach drei bis vier wochen habe ich gestern halten in ja also sie haben einfach neues modell geschickt wie man sieht es ist nagelneu vielleicht sieht man das hier durch den so wie gesagt das war kurz das victorinox spartan und das war es und tschüss